Ich glaube, dass ich mich mit meiner Arbeit an die Wahrheit annähere und dass ich helfe, Leuten zu zeigen, was wahrscheinlich die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist für mich immer der Versuch einer Annäherung und zwar, indem man journalistisches Handwerk benutzt, Quellen sucht, Augenzeugen sucht und eben versucht, die Fakten herauszufinden. Ja zur Wahrheit, weil es stimmen muss.